Musik Musik Die Pfarrkirche St. Matthäus Rittershausen Circa 4 km südlich von Gaukönigshofen befindet sich in dem kleinen Ort eine theologisch und kunstgeschichtlich einmalige Kirche des Bistums Würzburg. In dem nachfolgenden Video wird die Pfarrkirche St. Matthäus Rittershausen der Pfarreiengemeinschaft zu den Schutzengeln im Gau, Gaukönigshofen, von Herrn Pfarrer König vorgestellt. Herr Pfarrer König legt den Schwerpunkt der Führung durch seine Kirche nicht wie üblich auf die Beschreibung der kunsthistorischen Objekte, sondern auf deren theologische Bedeutung, was ihm auch hervorragend gelungen ist. Lassen Sie sich überraschen. Über eine großzügig angeordnete Freitreppe, die flankiert wird von den Statuen des heiligen Kilian und des heiligen Johannes von Nebomuk, die in späterer Zeit dort Aufstellung fanden, erreicht der Besucher die Pfarrkirche St. Matthäus. Die Fassade ist überaus prächtig und einheitlich dem Spätklassismus zuzuordnen. Der Bildhauer der Schauseide ist Johann Michael Pfeufer, einst Geselle bei Johann Georg Auwera. Die Fassade ist sein Hauptwerk. Wir sehen zeittypisch Obelisken, Vasen und Buddhos rechts und links in Nischen platziert. Die Inschriften deuten das Gotteshaus und sind der heiligen Schrift entnommen. Rechts lesen wir, ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel und deinen Namen preisen. Psalm 138, 2 Links steht geschrieben, ich habe dies Haus geheiligt, dass ich meinem Namen das Selbst ewig hinsetze. 2. Chronik 7, 16 Der wunderschöne Balkon scheint ohne Funktion gewesen zu sein. Über der Eingangstüre sehen wir den Erzengel Michael mit Schwert und Schild. Auf dem Schild lesen wir die Buchstaben JHS. Es ist das sogenannte Jesusmonogramm, das heißt die ersten drei Buchstaben des griechisch geschriebenen Namen Jesu. Über den Erzengel steht an herausgehobener Stelle, wie in einem von Engeln gehaltenen Wappenschild, das dazugehörige Schriftzitat. Michael, der große Fürst steht für die Kinder deines Volkes. Daniel 12, 1 Nun müssen wir uns angesichts des Erzengels Michaels noch einer anderen, aber für das Verständnis des Kirchenraums unerlässlichen Eigenheit widmen. Die Rittershäuser Kirche ist nicht wie ihr Vorgängerbau geostet, sondern in Richtung Norden gebaut. Vermutlich ist dies dem Straßenverlauf geschuldet, um die Fassade entsprechend wirken zu lassen. Dies bildet die Parallele zur Gaukönigshofer Kirche und wie in Gaukönigshofen, so ist auch die Rittershäuser Kirche voller Engel. Der Erzengel Michael über dem Portal kündigt dies an. Engel sind jene Mächte des Lichtes und an deren Spitze steht Michael, die gegen die Mächte der Finsternis kämpfen. Licht, Finsternis, Gut, Böse, Schön, Hästlich, Chaos, Ordnung etc. Es scheint mir keineswegs zu kühn zu sein, um gerade wegen der gleichen Ausrichtung nach Norden hin deutliche Parallelen zur Schutzengelkirche in Gaukönigshofen zu sehen. Die Inneneinrichtung repräsentiert, im Gegensatz zur barocken Ausstattung von Gaukönigshofen, den Kunststil des französischen Empires, der dem Geschmack der Kaiserzeit Napoleon Bonapartes entspricht. Aus dieser Kunstrichtung ist die Rittershäuser Kirche die einzige, die in der Diözese Würzburg noch stilrein existiert. Alle anderen wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der Rohbau fällt noch in den Glanz der fürstbischöflichen Zeit von 1783 bis 1785. Allerdings ist die Ausstattung in Rittershausen spannender als in Gaukönigshofen. Denn in Gaukönigshofen wird der Schwerpunkt der Ausdeutung auf das Licht gelegt. In Rittershausen haben wir es mit der Finsternis zu tun. Deutlich wird dies, wenn wir den Kirchenraum betreten und uns das Zentrum des Hochaltars anschauen. Dort sehen wir hinter dem Triumphbogen des Hochaltars ein Kreuz, an welchem der gekreuzigte Heiland noch nicht tot ist, sondern zum Vater im Himmel schaut, der auf dem Triumphbogen thront und mit ihm spricht. Dieses Kreuz ist so in die Nische versetzt, dass es kein eigenes Licht durch die Fenster empfängt. Es hat diese Darstellung und Position genau mit jener Finsternis der Gottesverlassenheit zu tun, die der Kirchenpatron, der Evangelist Matthäus, in seinem Evangelium in der Szene der Kreuzigung und im letzten Wort Christi am Kreuz beschreibt. Von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, 45-46 Schauen Sie sich an, wie die Assistenzfiguren Maria und Johannes vorgerückt sind, dann erkennen Sie die Rücksetzung des Kreuzes in die Finsternis. Unter dem Kreuz in der Nische befinden sich nur Maria Magdalena und ein Engel. Die Hauptachse wird also geführt von Erzengel Michael, Kämpfer gegen die Mächte der Finsternis, an der Außenseite hin zum Ausdruck der Finsternis der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Die Stukatur des Chorgewölbes ist in diesem Konzept mit eingebunden. Im Zentrum der Heilige Geist, im Auszug des Hochaltars Gottvater und darunter Jesus am Kreuz. Davor der Tabernakel, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Über den Tabernakel der auferstandene Jesus Christus. Die Figur ist ein Wechselbild, das in der Osterzeit aufgestellt wird. In der Weihnachtszeit das Jesuskind und in der übrigen Zeit das Lamm aus der Offenbarung des Johannes. Auf der rechten Seite des Tabernakels ist ein Medaillon zu sehen mit der Bundeslade des Alten Testaments. Darin befanden sich ursprünglich die beiden Tafeln mit den Zehn Geboten. Die Bundeslade war im Allerheiligsten des Tempels von Jerusalem aufbewahrt. Wohnung Gottes unter den Menschen. Siehe auch Samuel 2, Kapitel 6, 17 Das linke Medaillon des Tabernakelhäuschens ist eine Ablichtung der Schaubrode. Das waren zwölf ungesäuerte Brote, für jeden Stamm Israels ein Brot, die von Sabbat zu Sabbat erneuert wurden. Der Tisch mit den Schaubroden stand ebenfalls im Allerheiligsten des Tempels von Jerusalem, siehe Levitikus 24, 5-6. Insgesamt hat also der Tabernakel von Rittershausen etwas mit der Wohnung Gottes unter den Menschen zu tun. Wenn wir dies so erkennen, dann erschließen sich auch alle weiteren Elemente der Hauptachse. Wir sehen an der Decke des Langhauses eine von zahlreichen Engeln umsäumte Gloriole mit dem Kreuz als Zentrum. In diesem Kreuz sind Spiegel eingelassen und unter dem Kreuz hängt ein für eine solche Dorfkirche doch beachtlicher Leuchter. Früher mit den Altarkerzen die einzige Lichtquelle bei Finsternis. Früher mit den Altarkerzen die einzige Lichtquelle bei Finsternis. Weitere Spiegel finden wir in der Umrahmung der Kartusche. Nun lesen wir mit den entscheidenden Blickveränderungen einen biblischen Text neu. Es handelt sich um den sogenannten Philipper-Hymnus des Apostels Paulus, der die zweite Lesung des Palmsonntags ist. 1. Blick nach vorne Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 2. Blick hinauf zur Decke Darum hat ihn Gott über alle erhöht. 3. Blick über dem Korbogen Und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Philippa 2,6-11 Wir finden bezüglich dieser Deutung weitere Hinweise. Immerhin ist es ungewöhnlich, dass ein Kreuzweg von doch so imposanter Größe der Einzelbilder im Gesamt des Raumes durch eine 15. Station erweitert ist. Es ist hier die Auffindung des Heiligen Kreuzes durch die Kaiserin Mutter Helena, die der Erhöhung des Heiligen Kreuzes durch ihren Sohn, dem Kaiser Konstantin, folgt. 4. Ebenso ungewöhnlich ist die Madonna über dem linken Seitenaltar. 5. Das Jesuskind auf ihren Arm bedient einen Kreuzstab wie eine Lanze, die es in den Rachen des Fürsten der Finsternis stößt. So gesehen und gedeutet ist die Gesamtkomposition der Kirche von außen nach innen genial, da sie die Besonderheit der geografischen Ausrichtung des Baus mit der Besonderheit der Schilderung der Kreuzigungsszene durch den Kirchenpatron, den Evangelisten Matthäus verbindet und entfaltet. 6. Diesen Gedankengang dürfen wir getrost weiterverfolgen, wenn wir die Assistenzfiguren der Seitenaltäre schauen. Am linken Seitenaltar stehen links die heilige Lucia mit dem Schwert in der Hand und dem Feuer zu ihren Füßen. Ihr Name leitet sich vom lateinischen lux ab, was übersetzt das Licht heißt. 7. Rechts ihr gegenüber steht die heilige Odilia. Sie wurde der Überlieferung zufolge als blindes Kind geboren, ab dem Moment ihrer Taufe konnte sie wieder sehen. Ein altes Synonym für das Sakrament der Taufe heißt das Sakrament der Erleuchtung. In ihrer Hand liegt ein geöffnetes Evangelienbuch auf dem zwei geöffnete Augen liegen. Am rechten Seitenaltar sehen wir links einen Bischof, von dem nicht klar ist, ob es der heilige Kilian, dann wäre ein Schwert zu erwarten, oder der heilige Bonifaz, dann wäre ein Buch mit Dolch zu erwarten, ist. Vielleicht wurde dies bewusst offengelassen, da ja beide mit der Erleuchtung des Frankenlandes durch den Glauben an Jesus Christus zu tun haben, um den heiligen Burgart einen gewissen Vorzug zu geben. Denn dieser trägt auf seinem Buch den Hut des Herzogs von Franken. Genau dieses Herzogtum mit der bischöflichen Würde verbunden, stand zur Zeit der Ausstattung der Kirche in Frage. Napoleon beendete diese Verbindung in der Säkularisation. Über diesen beiden bischöflichen Assistenzfiguren befindet sich die Statue des Kirchenpatrons, des Apostels und Evangelisten Matthäus. Sein Erkennungsmerkmal ist ein Kind zu seinen Füßen. Diese Beigabe hat mit dem Anfang des Evangeliums und mit dem letzten Wort Jesu am Kreuz zu tun. Matthäus beginnt sein Evangelium mit der Aufzählung der irdischen, menschlichen Verwandtschaft Jesu, die die Geburt Christi in die Reihe der Stammväter und Mütter des alten Bundes einreiht und lässt am Ende Jesus die tiefste menschliche Verlassenheit in einem letzten Gebet aussprechen. Zu erwähnen sind noch die Medaillons rechts und links des Tabernakels der beiden Seitenaltäre. Am linken Seitenaltar, links des Tabernakels, steht Maria vor einem aufgewühlten Meer, Ave Maris Stella, Meerstern ich die Grüße. Rechts davon ist die Heilige Familie dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Seite, am rechten Seitenaltar, befindet sich rechts des Tabernakels ein Medaillon mit dem Herz Jesu und links das Herz Maria. An der linken Langhauswand befindet sich die Kanzel. Es war einst der Ort der Predigt. Daher werden die drei Orte der Predigt gezeigt, an denen die Erleuchtung der Welt durch das Heilige Evangelium nach Matthäus stattfindet. An der Rückseite der Kanzel ist dies die Predigt Jesu im Tempel, Matthäus 21,23. An der Vorderseite des Kanzelkorpus die Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5-7. Und links davon die Seepredigt, Matthäus, Kapitel 13. Begrönt wird der Schalldeckel durch einen Engel der Auferstehung der Toten, welcher in seine Posaune bläst. Als besonders interessant und außergewöhnlich sind noch die beiden Assistentinnen zu erwähnen, die dem Kirchenbesucher das Weihwasser beim Betreten der Kirche hinhalten. Sowohl Kleidung als auch Frisur sind der Mode zur Zeit Napoleons und des späteren deutschen Biedermeiers geschuldet. Wir können dies ebenso bei den Madonnenfiguren auf dem linken Seitenaltar und bei der Trage-Madonna im Glaskasten an der linken Wand des Kirchenschiffes sehen. Es ist nicht mehr das lange, wallende Haar, sondern die hochgesteckte Frisur. Außerdem werden die Gewänder von wallenden zu fallenden Formen reduziert. Ebenso außergewöhnlich ist der in einer Wandnische eingefügte Ort der Taufe. Es ist nicht wie früher ein Taufstein als isolierter Taufort, sondern eine Szene der Taufe, Jesu im Jordan. Eingefügt in eine Landschaft. Dies hat vermutlich ähnlich wie die spätere Rückwandbebilderung der Seitenaltarnischen mit dem Eindruck zu tun, den die Bilder vom Ägyptenfeldzug Napoleons 1798 bis 1801 hinterlassen haben. Palmen bestimmen die Vorstellung des Orients. Ebenso dürften die Darstellungen Napoleons für eine weitere florale Eigenart Pate gestanden haben. Wir kennen zwar goldene Lorberanken und Kränze aus dem Klassizismus, aber in Rittershausen haben wir es schon mit einer ungewöhnlich dichten Häufung zu tun. Es erinnert an die berühmten Bilder der Kaiserkrönung Napoleons, auf denen der Kaiser bei der Krönung seiner Gattin Josefine nicht die Kaiserkrone, sondern den goldenen Lorberkranz des römischen Imperators trägt. Die Heiligen an den Wänden des Kirchenschiffs auf der rechten Seite von vorne nach hinten sind der heilige, engelgleiche Jüngling Aloysius von Gonzaga, daneben in einem Glasschrein das Herz Jesu, im Anschluss der Bestpatron St. Sebastian und der heilige, für Verluste zuständige Antonius von Padua. Die Heiligen auf der linken Seite, von vorne nach hinten, unmittelbar neben der Kanzel, befindet sich der heilige Josef. Daneben in einem Glasschrein der Typus der himmlischen Frau Königin, der Herzogin von Franken, die Frau, die der Schlange den Kopf zertritt, aus der Offenbarung des Johannes und als letztes der Viehpatron St. Ventilinus. Auf der Empore finden wir rechts von der Orgel ein Bild der unbefleckten Empfängnis und auf der linken Seite eines mit der Darstellung der 14 Nothelfer. Ein letzter Blick nun noch zur Decke. Rechts und links in den Ecken zum Chorraum hin, sehen wir die drei göttlichen Dugenden in zwei Feldern. Es sind im linken Medaillon die Hoffnung, symbolisiert durch einen Anker. Im rechten Medaillon Glaube und Liebe, symbolisiert durch Kelch und Herz. Sie flankieren den Blick des Betrachters von der Decke abwärts hin zum Chorbogen und dann zum Triumphbogen des Hochaltars. Nachdem wir die Kirche besucht und die Außergewöhnlichkeit dieses Gotteshauses zur Genüge bestaunt haben, sei noch der 50 Meter hohe Kirchturm erwähnt. Er gehörte einst schon zum Vorgängerbau und schon zu dessen Vorgänger. Äußerlich sichtbar ist er den Anschein nach ein Kirchturm aus der echten Zeit, 17. Jahrhundert. Doch der Turm ist älter. Es wurde einfach ein Geschoss auf dem Kirchturm aus dem 12. und 13. Jahrhundert aufgesetzt, welches für die damals typischen gotischen Spitzbogenfenster unter Julius' Haube trägt. Unter den Spitzbogenfenstern sind kleine, rechteckige Öffnungen zu erkennen. Hinter der Abmauerung befinden sich die beeindruckenden romanischen Schallgarten, die von innen im ursprünglichen Zustand bewundert werden können. Schon damals hat man den Kaufleuten, die auf der alten Handelsstraße von Augsburg über Bolzhausen nach Rittershausen kamen, etwas Besonderes bieten wollen. Deshalb ist jedes Kapitel, das man von dort kommend entdeckt, nicht nur ein einfaches Würfelkapitel, sondern ein behauernes. Da die Kirche früher geostet war, war es eben nicht die Fassade, die die Reisenden begrüßt hat, sondern ein besonderes Kapitel in den Schallgarten des romanischen Turms. Ein Wort zum Schluss. Dieser Kirchenführer listet keine Künstler namentlich auf, da die Zeit der großen Namen bereits vorbei war. Er enthält auch nicht viele Jahreszahlen, weil es auf die Zeitumstände ankommt, aber gerade dies macht die Rittershäuser Kirche so bedeutend. Sie ist künstlerischer Ausdruck, einer der gewaltigsten Umwälzungen der europäischen Geschichte. An dieser Stelle sei schlussendlich auf eine weitere Besonderheit aufmerksam gemacht. Die Fensterlaibungen dieser Kirche sind ganz und gar ungewöhnlich. Sie würden den Rahmen einer einzigen Kirchenführung sprengen, daher ist Ihnen ein eigenes Video gewidmet.